Was ist denn jetzt eine Richtlinienpsychotherapie? Richtlinienpsychotherapieverfahren sind die, zu denen es am meisten Studien zur Wirksamkeit gibt, die also nachgewiesenermaßen effektiv sind und die deswegen auch von den Krankenkassen bezahlt werden. Also ein Mensch, der Psychotherapie anbietet, der darf nicht irgendein Verfahren machen, sondern er muss in dem Sinn eins von diesen Richtlinienverfahren machen, wenn er mit der Krankenkasse abrechnen möchte, bzw. wenn man als Patient das eben nicht selber zahlen will, sondern dass das die Kasse übernimmt.